Ihr Kollege, komm, ich fütter dich. Yo, und willkommen, Freunde, heute zu einer Runde Bad Wars und, ähm, also heute, ähm, die zweite, oder ne, ich glaube, die dritte Folge, magst du was ihr wollt. Und, ähm, heute, also danke erstmal an die positive Resonanz, äh, alles, keine Resonanz. Ähm, und danke an die fliegen Klicks und so weiter. Es geht echt nice ab, dafür, dass früher nur immer 400, 500 Klicks, also nur jetzt mal in Anführungszeichen, kamen. Kommen jetzt, äh, viel mehr Klicks an und viel mehr Likes. Danke an der Stelle für euch und euren Support. Also heute spielen wir einen Challenge von dem lieben, keine Ahnung, ich weiß es leider gerade nicht. Ähm, auf alle Fälle schaut mal vorbei, in der Infobox ist der Link. Und, äh, heute, heißt es los, ich auf alle Fälle für mich. Also schreibt euren Spielmodus rein, was, was ihr wollt. Dass ich spiele. Ich sag jetzt einfach mal zum Beispiel survival games und dann die Challenge. Also, du darfst nur zwei Leute killen, keine Ahnung, GGL. Schreibt die einfach rein, weil es lohnt sich, weil dann verlinke ich euch und damit könnt ihr auch ein bisschen mehr Fame abgreifen, sag ich jetzt einfach mal. Wäre ganz nice und wäre ganz cool. So, und, ähm, genau. Danke an die positive Resonanz. Finde ich echt cool und ich wusste nicht, dass das Projekt so gut bei euch ankommt. Und ich wusste, dass es gut ankommt, weil es einfach klar war. Aber ich wusste nicht, dass es so krass ankommt. Danke an, ähm, all die Leute, die es wirklich auch unterstützen. So. Der scheint nicht einer der Schlauen zu sein. Der baut einfach hier das Gras ab. So, ja. Und, ähm, hier, das ist irgendwie eine richtige Missgeburt, weil der einfach alles einsammelt, was ich hier möchte. Finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Welches Team bin ich denn? Rot, ich dachte schon. Ja, genau. Und, ähm, heute, der, ähm, der Kommentar Badros und, ähm, der Challenge stand leider nicht dabei. Also bitte nicht mal dabei schauen. Deswegen, ähm, die Challenge ist, dass ich nur, ähm, dass ich ein, dass ich hier Stacks, äh, fünf, äh, diese Items-Dinger voll haben darf. Sonst muss ich was wegwerfen. Und gerade habe ich genau fünf. Also noch passt's. Genau, außer beim Einkaufen, das ist ja eben egal. Also einen Buspanzer haben wir, Schwert haben wir. Wir haben eigentlich alles, deswegen gehe ich schon mal los. Ein paar Glöcke bräuchten wir noch. Badros kann wirklich nicht. Ich glaube, ich habe gar keinen Badros gebracht. Habe ich jetzt so ein Gefühl, aber ich glaube, ich habe schon mal irgendwann Badros gebracht. Aber ich habe auf alle Fälle nicht mehr. Ja, wieso weiß ich es selber eigentlich nicht. Das macht halt nicht so viel Bock. Aber das geht schon. Also, wenn es einer von euch unbedingt will. Und wenn wir jetzt auch immer mehr wollten, dann spiele ich es natürlich gerne mal. So, ich brauche wirklich weiter, Kollege. Meine Spitzhacke bräuchte ich noch. Aber, das werde ich dann machen. Weil jetzt werde ich wahrscheinlich eh abgeschlachtet, weil OP-Leute hier dabei sind. Und dann komme ich in die Mitte und schäme mich dafür. Was sage ich mit dem Typ? Läuft dir ein bisschen nach. So, hat es auf alle Fälle jemand schon mal runtergefallen. Toguyo. Sehr schöner Name. Da schreibt er, kann ich Blöcke? Ja, natürlich. Ich weiß, dass ich nicht der Beste bin. Bitte, Kollege. Ich weiß, dass ich nicht... Passt auf. Passt auf. Alles klar. Alles klar. Ich weiß nicht, ob hier das real ist. Egal. Ist auf alle Fälle nice. So, ich habe ja noch Blöcke. Ich möchte ja nur mal sehen, wie der abgeht. Hier, Kollege. Komm, ich fütter dich. Also, die haben schon Bögen. Ich sehe gerade, dass mir so ein bisschen dreckig auf meinem Monitor ist. Auch gar nicht so schlecht. So, und ich habe nur noch einen Block. Und das war's. Sheet. Ach nice, der hat natürlich Profis. Wieso denn nichts? Wieso auch nichts? Woher eigentlich, aber egal. Ist halt klar. Es war mir klar, dass hier wieder Bette-Wurst-Profis mit spielen. So ist das halt. So. Ach, ich bin auch mal wirklich schlau. Verpiss dich mal, Alter. Aber das ist nicht mehr der gleiche. Gott sei Dank. Ich habe hier sogar ein Gold. Sehr hübsch. So. Was zu essen bräuchte ich. Was ist eben auch wieder sehr lange her, dass ich mal bei Gourmet gespielt habe. Ich habe schon bestimmt vier Monate nicht mehr auf Gourmet gespielt oder so. Ja. Weil es halt einfach nicht so mein Lieblings-Server ist. Also ich spiele es jetzt eigentlich nur hier Bette-Wurst, weil hier Bette-Wurst halt eigentlich am besten ist, glaube ich. Aber genau. Also, ihr könnt auch mal gerne irgendeinen Server vorschlagen, den ihr habt. Kann ich auch mal gerne drauf spielen. Also wenn ihr irgendeinen Server habt, kann ich auch gerne mal drauf spielen und mal gucken, was da so abgeht. Auch sehr gerne. Habe ich noch gar nicht gesagt, aber sehr gerne. Wirklich, hätte ich nichts dagegen. Auch mal ganz cool. So ein Server-Tester. Vielleicht kann ich da auch noch mal ein extra Projekt machen oder so. Muss doch gucken, wie viele das hier reinschreiben, sonst lohnt sich ein extra Projekt nicht. Ah, okay, da kommt blau. Da kommt auf alle Fälle blau. Ein Gold, damit kann ich hier kein Schwerd machen, oder? Nope. Eine Spitzhacke aber. Und den Rest der Rüstung habe ich das? Ja, den kann ich schon. Okay. Ich nehme auf alle Fälle in den Boden. Bisschen Pussis. Das sieht man jetzt schon. Woraus? Ist hier irgendwas in der Drühe drin? Nope. Natürlich, was erwarte ich denn auch von meinem Team? Was erwarte ich? So, ich nehme hier mal ein besseres Schwerd. Ich spüre einfach jetzt schon, dass die Runde gleich zu Ende ist. Und dass es eine richtige Tüdie-Ausrunde war. Aber das lasse ich dann auch mal durchgehen, weil ich nehme einfach alle Folgen. Auch wenn sie noch so dreckig sind. Außer es ist natürlich extrem dreckig. Da natürlich nicht. Du stresst? Ich stresse zurück. So, noch ein paar. Sachen, wo kann ich hier? Ich weiß, dass ich gerade aufgeschossen werde. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß, dass auch ich da sterbe. So. Wieso hat es hier noch keiner zugebaut, die Schuhe? So, einen Eingang lasse ich jetzt einfach mal. So. Na, weißt du was? So, ich hole jetzt einfach mal hoch, was da oben so abgeht. Okay. Ist auch ein roter. Okay, ich glaube, der hat es gut gemacht hier. Das werde ich noch ein bisschen weitermachen. So. Ihr merkt wahrscheinlich jetzt schon, dass ich nicht der beste Binnenwelt war. Okay, der hat eben schon geläftet von unserem Team. Sehr schön. So. Kommen die? Okay, die sind da oben. Die gehen hoch, die gehen hoch. Außer. Kacke, jetzt habe ich mich natürlich hier selber ausgebaut. Ich deb. Scheiße. Nein, Isabelle ist ab. Okay, jetzt heißt es, jetzt heißt es, die töten. Wenn sie unser Bett abbauen, werden sie selber auch getötet. Nice. Okay, dann habe ich. Essen. Wo ist der zweite Blower? Ja, gleich. Ich gebe es dir gleich. Weiter geht es hier. Ich weiß halt nicht, wo der Blaue ist. Wo soll der sein? Hat er sich hier eingebaut oder? Ich glaube, der ist vorgegangen. Ja, ich glaube, der ist auch vorgegangen. Ich glaube, dass er schon wieder back ist. Also, einen habe ich schon gekillt. Ich finde es schon mal gut. Was will eigentlich der hier, Alter? Das ist der größte Spacko. Ey, ich habe gerade einen Bogen. Ah, der ist da, er kennt da oben. Alter, wie. Wie pussyhaft ist das? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Würde ich dir das auch machen? Ich finde das so pussyhaft. Es ist natürlich klar, dass in Bettos man das macht, aber trotzdem, ich finde das richtig hässlich. Also, aber er rechnet jetzt nicht damit, dass ich das hier mache. Damit rechnet er jetzt nicht. Das ist natürlich gesinkt, weil wir uns fällt, meine. Nein, der Arme ist back. Ich bagge. Ja. Jetzt. Damit ahnt er nicht. Hoffe ich jetzt mal. Außerdem, außer dem Freund von dem Spectator. Natürlich weiß der es. Wieso denn auch nicht, Alter? Wieso denn auch nicht, Alter? Du Dreckspussy, Alter. Missgeburt. Mann, Alter. Du dreckiges Stück Kacke. Okay, kommt. Sticken. Okay. Da hab ich gesehen. Ach, du kleine Stück Kacke. Egal. Ich hoffe, ich hab hier die GGL-Folge gefallen. Und, ähm, ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und, ähm, weil ich auf dem GOMO-Server war. Tschüss. Tschüss.